Was ist, wenn du mich vergisst? Dummer als Herr Bär. Ich werde dich nie vergessen, Pooh. Versprochen. Auch nicht, wenn ich 100 bin. Wir werden dieses Wochenende arbeiten, Robin. Ich habe meiner Frau und meiner Tochter versprochen, dass wir am Wochenende wegfahren. Es werden alle gebracht. Dein Leben passiert jetzt, vor deinen Augen. Was jetzt, was jetzt, was jetzt? Gute Frage. Pooh? Christopher Robin! Nein! Pooh, was machst du hier? Ich brauche deine Hilfe. Ich habe meine Freunde verloren. Gehen wir der Sache auf den Grund. Achtung, Pooh, ich komme. Also, wohin? Ich komme immer irgendwo an, indem ich von dort losgehe, wo ich gerade war. Ach ja? So mache ich das. Hallo zusammen. Es ist Christopher Robin. Wie schön, euch alle wiederzusehen. Oh, danke. Ich muss zurück zu meiner Familie. Mach's gut, Christopher Robin. Vielleicht sind wir jetzt dran, Christopher zu retten. Du musst Madeline sein. Du bist der Bär, den mein Vater gemalt hat. Weißt du, wo er ist? Oh ja. Tiger! Ja! Ferkel! Ach, herrje. Oh, du Mama, meine Güte. Ich war noch nie fröhlich. Menschen sagen, nichts ist unmöglich. Aber ich mache jeden Tag nichts. Christopher Robin. Nein, Puh, das ist nicht... Ach, nicht so wichtig. Wir haben für dieses Wochenende eine Krisensitzung einberufen. Ich habe meiner Frau und meiner Tochter versprochen, dass wir am Wochenende wegfahren, Sir. Wir müssen 20 Prozent einsparen. Sie haben diesen Leuten sichere Jobs versprochen. Und ich dachte, sie tun alles für diese Firma. Ich wünsche euch viel Spaß. Was jetzt, was jetzt, was jetzt? Gute Frage. Was jetzt? Puh? Christopher Robin. Christopher Robin. Ich bin ein Frack. So kaputt ziehst du gar nicht aus? Ein paar Falten vielleicht. Ich bin ein Frack. Ich bin ein Frack.